Herzlich Willkommen und viel Spaß beim Video. Ach komm, entkomme, Donner. Genau, die Darwis. Wer kennt sie nicht, die Donner Darwis. Hallo, Donner. Genau, gib uns ein Zeichen. Werde voll nice von dir. Ein kleines Zeichen, wäre nice. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Donner, wo bist du? Gib uns ein kleines Zeichen. Eine kleine Zeichen. Werde voll nice von dir. Irgendwas ist umgefallen. Aber ich weiß nicht wo. Gib uns ein Zeichen. Hier was umgebrochen? Donner, wo bist du? Oh, no. Littchen. Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier? Oh, hier, Handy auf dem Boden. Gefrieratem. Hallo, Donner. Die MF ist gerade ausgerastet. Nicht? MF, feier jetzt. Donner, regnet uns. Bist du hier? Wo bist du? Ich hab nix mehr in der Hand. Mennung. So, kann man rastisch gehen? Ich hab nix mehr. Ich komm mal mit. Achso. Mach ich schon mal nicht los. Du 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 du. Du 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 du. Oh, na, da, was? Okay, da sieht man nix. Hm. Nee, ist es nicht. wenn ich hier ausmache nachts sich dann ist kein licht da also ich habe vorher noch nicht aus dem aber erst mal ein eimer pillen einmal pillen da na ich bin ja kreuz mit hallo dann lichtchen was geht ab wir platzieren die kamera mal aufs bett dann platzieren wir mal die kamera richtung bad die wackelt so komisch die fällt hin so komisch hey mich nicht an du blöd dann aber bist du bist du hier wo sie immer ja klar ja da gibt uns ein zeichen eine kleine zeichen am fenster was am fenster Okay, die hat hier das Bild umgeworfen draußen. Siehst du, Orbs? Hier ist Vierer. Hier ist Vierer. Jetzt keiner kämen. Wie bitte? Bei keiner kämen? Nein, bei gar keiner kämen. Komm mal wieder rein. Oh nein, Littchen! Reagier doch mal! Wie, jetzt bist du auf dem Bett? Oh, ich hab nix mehr. Ich hol mal was. Hm, komische Donner. Very, very komisch, diese Donner. Hm, auf dem Bett hat sie reagiert. Wir haben nur Gefriert-Temperatur, oder? Kann mal einer... Okay. Also Fingerabdrücke könnten es noch sein. Orbs theoretisch, Buch auch. Wer hat die UV-Lampe? Ich hab sie gerade aufgesammelt. Okay. Okay. Ops, sie ist echt keiner. Oh. Okay. 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 Dann ist es ein Dämon. Lauf so schnell ihr könnt. Ich hab gedacht, dass ich tot bin. Gehst du rein? Gerade noch die Sachen genommen. Cam wollte rein und auf einmal sehe ich das Licht flackern. Okay. Gehen wir? Ich hab's aber noch, hab auch extra noch fotografiert. Ne, ich hab noch nicht ausgewählt. Oder wollen wir ein Foto versuchen von ihr? Ja. Also ich hab auf meiner Cam noch ein Bild. Ja, wir haben noch zwei Kameras. Okay. Ja, mir ist auch egal. Drei Bilder. Ja. Ja. Ich hab's hier. Macki? Oh. Das war ihr Raum. Hä? Hör auf mich anzuhellen. Okay. Dornal, zeige dich. Wie sieht sie eigentlich aus? Ach, die Große. Okay, tot. Okay, tot. Alter, hab ich mich gerade gestrückt. Die hat nicht mal die Tür aufgemacht und hat mich getötet. Die hat mich durch die Wand gepackt. Das ist doch gemein. Voll gemein, die Troller. Da. Macki versucht es weiter hin. Oh, da. Macki hat es geschafft. Gut. Sie hängen an der Tür fest. Nice. Okay. Deshalb hat sie mich erwischt, weil sie einfach nur den Flug hochgelaufen ist. der Bitch. Ich meine, böse Bambi. Hä? 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 Alter, wie lange will sie noch handen? Mal gehen. Also ich gehe das mal definitiv raus. Ich habe ein Foto von der. Oh Mann, hört Henni nicht. Äh, ich höre dich nicht. Henni hat vorhin eine Tasse mitgebracht? Ja, von mir aus kann man aufhauen. So verblöd, das Bild, was ich gerade gemacht habe, da zählt irgendwie nicht im Journal. Voll die Verarsche. Das war's mit der Folge und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal, falls euch mein schwieriger Content gefällt. Und aktiviert natürlich die Glocke, um mich zu verpassen. Ansonsten, bye, eure Nike. Danke. Danke.